Mein Name ist Michael Höfele und ich bin Englischhornist im HA Sinfonieorchester. Das Instrument gehört zu der Oboenfamilie, also es ist sehr nah verwandt mit der Oboe, quasi die große Schwester der Oboe. Es ist nur der Unterschied ist der Becher, die Länge des Instrumentes, dadurch ist es eine Quinte tiefer und es hat ein anderes Mundstück. Das Englischhorn oder die Oboe, das sieht alles sehr kompliziert aus. Man denkt, es sind unglaublich viele Klappen, aber die Klappen sind eigentlich fast alle nur Hilfsklappen oder Trillerklappen. Im Grunde genommen sind das Blockflötengriffe, hier auf einer Blockflöte, von daher relativ einfach von den Griffen. Das Spezielle an dem Instrument sind die Mundstücke, die Rohre. Wir Oboisten sind unser Leben lang auf der Suche nach dem perfekten Rohr, nach dem fast schon Heiligen Graal. Dein Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020